Hallo, ich bin Johann und bin zehn Jahre alt. Hallo, ich bin David und bin sechs Jahre alt. Hallo, ich bin die Julia und bin zwölf Jahre alt. Hallo, ich bin Elisabeth und bin acht Jahre alt. Jetzt sind wir in Bad Kissing auf dem Spielplatz Hennebergsiedlung. Hier gibt es einen Gleichgewichtsparkour. Zwei Rutschen, davon eine Wellenrutsche, ein Klettergerüst und Schaukeln.